Hi zusammen! Ihr bekommt heute mal ein ganz anderes Video von mir und zwar habe ich mir permanent Make-up stechen lassen. Hier oben den Lidstrich, ich gehe mal ein bisschen näher dran. Den habe ich mir stechen lassen und dabei habe ich euch mitgenommen und habe auch ein Interview geführt mit der lieben Franzi. Es gab ganz viele Fragen, die habe ich euch auf Instagram stellen lassen und die habe ich an die Fachfrau weitergegeben. Fand ich alles super interessant und ich bin mega zufrieden mit meinem permanent Make-up. Ich habe ja wirklich schon sehr, sehr lange darüber nachgedacht gehabt und muss sagen, es war einfach die beste Entscheidung, das zu machen. Auch jetzt im Sommer, ich merke einfach, es ist richtig cool, man kann ins Wasser und es verläuft nichts mehr. Das ist jetzt das Ergebnis, muss ich vielleicht dazu sagen. Nach einmal stechen, das heißt, es kommt noch das Nachstechen, aber ich bin jetzt schon so mega zufrieden, das kann nur noch viel besser werden. Ich werde mir es unten ein bisschen kräftiger stechen lassen noch und oben wahrscheinlich noch eine Linie drauf. Man tastet sich daher so ein bisschen ran. Und wie das alles war und das ganze Interview, das dürft ihr jetzt sehen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich tue euch alles in die Infobox unten setzen, die hat auch einen ganz tollen Online-Shop für ganz tolle Kosmetik Für Lippenstifte, die auch unter diesen Masken halten Ja, definitiv Ja, aber jetzt geht es erstmal um das permanent Make-up und da kamen ein paar Fragen jetzt schon rein Ich hatte mir auch ein paar überlegt gehabt, die für mich glaube ich auch ganz interessant waren Und eine der meistgestellten Fragen war die Haltbarkeit Die Haltbarkeit, ja die ist natürlich immer je nach Stoffwechsel auch einfach unterschiedlich Das heißt, man spricht von einer Haltbarkeit zwischen drei bis fünf Jahren Wobei erfahrungsgemäß in der langen Zeit, in der ich das jetzt schon auch mache Es einfach so ist, dass ein Eyeliner wirklich gut sieben bis eher zehn Jahre würde ich sagen halt Wenn er dann auch wirklich schön von der Haut angenommen worden ist Das heißt, jeder Mensch hat ja seinen eigenen Stoffwechsel Und dadurch wird dieses, also das Pigment ist so rein Dass es in den Stoffwechselkreislauf der Haut aufgenommen wird Und damit aber auch eben abtransportiert wird im Laufe der Jahre Das heißt, es wird einfach mit der Zeit ein bisschen plasser Das heißt, es wird jetzt nicht, man steht nicht morgens auf und ist weg Sondern es geht einfach etwas, es wird einfach immer plasser Und man kann sich ja entscheiden, lässt man es auffrischen vielleicht dann auch mal wieder Weil man es wieder ein bisschen stärker möchte Oder lässt man es weiter abplassen Genau, das ist auch die Frage dann Ist das dann so eine Art Auffrischen, dass man es nur einmal macht? Genau, also in der Regel, wenn der jetzt nicht zu stark ausgeblasst ist Oder man jetzt nicht sagt, man möchte von einem ganz dezenten Eyeliner in ein Amy Minos Cat Eye Eyeliner wechseln Dann kann man das mit einer Sitzung gut machen Dann reicht die auch meistens aus Wenn man jetzt natürlich wirklich gravierend was an der Form ändern möchte Also das heißt, dass man wirklich wesentlich breiter geht Dann muss man sich ja vorstellen, ist an der Stelle ja auch das erste Mal Pigmentiert Und dadurch müsste man eventuell da dann nochmal drauf Aber es kann auch sein, dass es dann mit einem Mal gut hält Okay Zweite Frage war auch für mich übrigens eine ganz wichtige Frage Wird das betäubt? Ja Genau, also es kommt eine leichte Betäubungscreme natürlich drauf Und ich muss sagen, bis jetzt ist noch keiner von der Linie gesprungen Also es ist sehr gut aushaltbar Sinn natürlich ist es eher so dieser psychische Effekt an den Augen Dass man denkt, oh Gott, an den Augen Aber ich habe mit dem Auge an sich auch gar nichts zu tun Das heißt, man hat die Augen geschlossen die gesamte Zeit Und ich ziehe mir das so ein bisschen zurecht Wie ich das brauche und ja, also wie gesagt, die meisten sagen, ach Gott, das ist es Ah ja, das geht ja eigentlich Aber klar, da ist es auch so Jeder ist natürlich anders empfindlich Ich kann vorher nie sagen, ach, das ist total schmerzfrei Aber wir tun unser Bestes, um es so angenehm wie möglich zu gestalten Okay Das heißt, du berätst dann auch von der Form Wenn jemand sich noch unsicher ist, dann schlägst du was vor Zeigst es an und diejenigen können dann erscheinen Also meistens frage ich schon, ja, wie tragt ihr ihn denn immer sonst? Es gibt ja so Kunden, die einfach wirklich schon morgens aufstehen Das erste, was sie machen, ist, sie malen sich einen Eyeliner Und wenn die das schon so gewohnt sind, dann sind das auch meistens die Kunden, die eher einen breiteren Eyeliner wünschen Und es gibt so welche, die sagen, ach, ich weiß nicht, ganz dezent Das muss ich kurz vorher wissen Dann sage ich immer, ich zeichne einfach mal Und sie sagen mir dann, ist es zu dünn, zu dick, zu breit, zu lang Und so passt man es dann wieder an Und ja, genau Das geht aber meistens beim Eyeliner recht schnell Weil da hat man natürlich jetzt nicht wie bei einer Augenbraue mit verschiedenen Winkeln Kante, Breite und so weiter Beim Eyeliner ist es ja schon so, dass man die Augenform einfach ein bisschen positiv Ja, auffrischen möchte quasi Okay, und wenn ich das jetzt machen lasse, auf was muss ich da achten danach? Also bin ich in irgendwas eingeschränkt oder? Genau, also man sollte circa zwei Wochen lang keine Wimperntusche auftragen Ja Ja, also bei Flonthaarigen, die auch so ganz helle Wimpern haben Ein kleiner Tipp, lasst euch einfach eine Woche vorher die Wimpern färben Ja, bestimmt Das ist ein ganz guter Trick dabei Und bei den dunkelhaarigen oder braunen Wimpern ist es auch so, dass dadurch, dass der Eyeliner dann da ist Ja Fehlt es einem gar nicht so an Kontur Also da sollte man wirklich so zwei Wochen lang wirklich die Mascara verzichten Es geht auch nicht darum, dass die Mascara dem Eyeliner irgendwas im Nachhinein tut Sondern man müsste die Mascara runterreinigen Ja Und dann müsste man rubbeln Und es entsteht, ich muss so ein bisschen ausholen, warum Es entsteht so eine kleine Pigmentierkruste, nennt man das Und das ist wie so eine kleine Schürfhunde, kann man sich vielleicht vorstellen Oder wie jeder, der tätowiert ist, ne? Vom Tattoo kennt man das ja auch Und die bringt mir aber die Haltbarkeit der Farbe in der Haut Das heißt, die schützt erstmal die Haut Das ist wie so eine kleine Schutzschicht Und die sollte man nicht runterrubbeln Und deswegen auch kein Mascara Okay Genau, ja Und sonst noch irgendwelche Einschränkungen? Also Einschränkungen würde ich jetzt gar nicht so nennen Es ist einfach so, dass man so den ersten Tag Würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Sport machen Man merkt von den... Man merkt von den... Ja, die Schreien Das andere Thema ist noch, dass man halt einfach zwei Wochen lang nicht in die Sauna Nicht in den Schwimmbad gehen sollte Sauna, ganz klar, Wärme, Bakterien und so weiter und so fort Die Augen können als eins ist ein bisschen geschwollen sein Also die Augen sind eigentlich total nett, was das Abheilen betrifft Das heißt, man muss sie jetzt nicht unbedingt eincremen Mit einer speziellen Creme bei den Augenbrauen oder Lippen Sondern, also es gibt eine spezielle Lösung danach von mir mit Die erkläre ich dann auch immer nochmal jedem Einzelnen ganz genau Wie es zu verwenden ist Das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen Aber da gibt es einfach nur was zum Draufzupfen, zum Desinfizieren Und ansonsten machen die Augen das von alleine Weil die einfach ein ganz gutes Abwehrsystem haben Und da wirklich gut mitarbeiten Und das Einzige, was sein kann, ist, dass man noch eingeschränkt ist Durch eine leichte Schwellung Die eben am nächsten Morgen am allerschlimmsten ist Aber gegen Mittag schon wieder abflacht quasi Und dann sieht man auch nichts Und für einen selbst ist es oft viel schlimmer Und die Leute oder bekannte Freunde draußen merken es gar nicht Man läuft dann so rum und denkt, oh Gott, ja Gell, sorry, ich sehe ein bisschen schlimmer aus Meine Augen und hä, was ist doch alles Okay, ne Das ist so das Einzige, was sein kann Wie gesagt, keine Mascara Und halt versuchen dann nicht in den Augen ständig zu reiben Und zu rubbeln Aber das macht man eigentlich automatisch Aber ansonsten ist man nicht eingeschränkt Ja, aber gut, das ist ja in Corona-Zeiten super Man kann eh nicht in die Sauna und ins Schwimmbad Das Gute ist auch noch die Heustupfenzeit aktuell Also allergiemäßig hat man da jetzt immer eine Ausrede aktuell Und das kann auch sein, bei manchen ist wirklich danach gar nichts Also die gehen hier raus und auch einen Tag später Die sind nicht einmal geschwollen, nichts Und manch andere, so wie ich persönlich auch Ich sehe danach am nächsten Tag wirklich immer richtig verquollen aus Am nächsten Morgen, wo ich denke, uiuiui Auch eine Stunde später ist es schon wieder gut Ja, also ich habe jetzt noch was gehabt, was mich auch ganz interessant fand Es darf sich ja so ziemlich jeder nach zwei Tagen irgendwie permanent Make-up machen Oder, sag ich mal, an ein lebendes Objekt dran betrauen Da ist es vielleicht auch ganz arg wichtig Weil ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich schon darüber informiert habe Wohin ich gehe, weil es halt auch im Gesicht ist Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da auch drauf achtet Dass es vielleicht jemand macht, der das auch Also ich sage immer, guckt einfach oder fragt doch auch ganz ehrlich nach Wie ist denn die Ausbildung gewesen? Wie intensiv waren die denn? Und dann ist es halt auch so Also, um da einfach auch mal ganz ehrlich drüber zu sprechen Es bringt mir auch nichts, wenn das schon jemand 20 Jahre macht Aber der sich in diesen 20 Jahren nicht einmal weitergebildet hat Ja Das ist nämlich so das Nächste Also ich zum Beispiel jetzt in meinem Fall Macht das so, dass ich wirklich jedes Jahr mich weiterbilde Ob das mal Thema Augenbrauen sind, ob das Lippen sind, die Augen Es gibt so viele neue Techniken Und manchmal gibt es auch gar nichts so ersichtlich Neues Aber es ist ein Handgriff, den man sich irgendwie abguckt Oder denkt, ach ja stimmt, Mensch, ne? Also es gibt immer was, was man da dazulernen kann Und zum einen, ich weiß gar nicht, ob das hier aber Schleichwerbung wäre Aber es ist, Golden Eye ist einfach das, wo ich sage Die lernen einem das so, so gut Also da ist man so aufgehoben Alleine die Grundausbildung, bei denen geht es sechs Wochen Und bei ganz vielen ist es eben so, da geht es wirklich nur zwei, drei Tage Die haben jetzt Zertifikate und dürfen loslegen Bei Golden Eye muss man erstmal durch die Theorie Levels durch Um dann erstmal beim C-Level in Haut zu piekseln quasi Und das mit der Trainerin zusammen Und nicht irgendwie, ne? So, ihr macht jetzt mal Und ich muss sagen, damit habe ich mich auch damals sehr, sehr wohl gefühlt Und da, wie gesagt, bin ich auch deswegen immer noch der Firma treu geblieben Weil die eben auch sehr, sehr gut ausbildet Und da bin ich immer wieder bei Weiterbildung auch jetzt noch dabei Weil das ganz wichtig ist Also fragt da wirklich nach, wie der Ausbildungsstand ist Weil das kann man auch fragen Mich fragen das auch viele Und ich finde das auch vollkommen berechtigt und in Ordnung Das ist auch so der Grund, warum ich vielleicht draußen auch die ganzen Zertifikate hängen habe Weil, hey, ich habe das einfach alles durchlaufen Und das darf man dann auch sehen und zeigen Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist auch ein Qualitätsmerkmal Aber wenn ich sehe, dass jemand sich stetig vorbildet Ist es auch für mich so, dass ich denke, ja, okay Wir sind auf dem neuesten Stand auch einfach Ja, auch von der Gerätetechnik, auch die Nadeln, alles ändert Also alles entwickelt sich weiter Was ja gut so ist, ja, Gott sei Dank Die Pigmente an sich sind, also auch da vielleicht auch kleiner Hinweis Fragt die Pigmentisten, was für Pigmente sie haben, ja Es müssen keine Eisenoxide, kein Nickel und so weiter mehr drin sein Es gibt andere Pigmente heutzutage Und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt Dann merkt man auch den Unterschied Oder weiß man auch, warum Das ist aber nochmal so ein ganz komplexes Thema für sich Aber es ist wichtig, einfach, finde ich, zu wissen, was auch in die Haut kommt Genau Also ich bin gerade auch alles so im Gesicht Also das ist einfach was, wo man sich auch überlegen sollte Und auch gucken sollte, dass es vielleicht jemand ist, der das auch wirklich qualitativ gut macht Auch von den Produkten gibt es der, wie du bei uns Genau, es gibt riesen Unterschiede Also man sieht vielleicht ganz oft als Beispiel Bei den Eyelineren ist es nicht Da sieht es dann eher irgendwann ganz arg gläulich aus Wenn Tattoo-Farben in Anrichtungen genommen wurden Das aber eigentlich gar nicht mehr erlaubt ist, auch in Deutschland Und es ist so, dass bei den Augenbrauen fällt es ganz oft aus Vielleicht, dass man sieht, dass es rote Augenbrauen gibt Also so ältere Damen, die vielleicht auch schon länger pigmentiert sind Wo man sieht, okay, das sieht jetzt auch schon älter aus Und das ist jetzt nur noch rot Also ein roter Strich Dann sind in den Farben einfach Eisenoxyde drin Und die rosten ein Leben lang in der Haut weiter Und die kriegt man auch nie wieder raus Das heißt, die muss man immer wieder überdecken Also ich mache das auch ganz viel zum Beispiel als Korrekturen Und das ist aber ein Punkt Es gibt Pigmente ohne Eisenoxyde Also ich habe meine Pigmente sind alle ohne Eisenoxyde Und alle ohne Nickel Und alle ohne Schwermetalle Weil sie eben so zertifiziert sind So entwickelt worden sind und lange geforscht Und ich finde, das ist ganz wichtig Dass man das dann vielleicht auch dazu sagt Oder sagen kann, okay, ich weiß Bescheid, dass es nicht drin ist Auch wenn ich mal unter das MRT muss Dann ist es ganz blöd, wenn da Schwermetalle drin sind Weil da entsteht ein Magnetismus Und es kann die Haut von innen heraus verbrennen Also da denkt man vielleicht im ersten Moment da dran Aber wir machen immer ja ein Beratungsgespräch Und dadurch ist es so, dass ich das dann oft auch vornherein Auch das anspreche Obwohl die mich gar nicht nach den Pigmenten fragen Aber hinterher googelt man vielleicht Und denkt dann so Oh Gott, habe ich jetzt vielleicht Nickel in meiner Haut Oder bin eigentlich allergisch dagegen Habe ich jetzt Eisenoxyde? Rosten die jetzt irgendwie ewig bei mir weiter Ja, das sind so Themen Früher gab es nichts anderes Aber heutzutage kann man da auf jeden Fall Ersatz finden Und sich da gut informieren Mit was auch die Pigmentistin arbeitet Okay, und das heißt du hast eben schon so ein bisschen angeschnitten Wenn man jetzt vorher eine Behandlung hatte Die völlig in die Hosen ging Also gerade bei Augentrauen gibt es da ja sehr viel Also seitdem es irgendwie diesen Trend gibt Mit dem Microblading Habe ich das Gefühl Ist das so, dass man da auch manchmal denkt Hoppla Das heißt man kann sich ruhig auch getrauen Wenn das schief gelaufen ist Dass man sich einfach mal noch eine zweite Meinung einholt Ob man vielleicht da noch was retten kann Also man kann eigentlich sehr oft auch echt was retten Und ich habe jetzt vielleicht zwei, dreimal Also ich mache viele Korrekturen Manche machen gar keine Weil sie es halt einfach auch nicht mögen Das kommt drauf an Also einfach nachfragen Ob es überhaupt bei den Pigmentisten möglich ist Und bei mir ist es eben so Dass wenn ich zum Beispiel sage Also wenn ich da jetzt drüber gehen würde Wenn es zum Beispiel noch eine sehr dunkle Augenbraue ist Da wurde vielleicht mit einer Tattoo-Farbe gearbeitet In schwarz auch noch Die jetzt so blau-grau-schwarz noch ist Wo ich sage ja Wenn ich da jetzt ein Härchenzeichen drüber mache Die würde man gar nicht sehen Also die würde man einfach nicht sehen Dann lasst doch erstmal ein, zwei Sitzungen lasern Dann empfehle ich da auch ein Laser-Institut Die das entfernen Und dann kann man da auch wieder neu starten Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten Okay Ja Da kann man einiges tun Ich glaube das waren alle Fragen schon weit Perfekt Aber ich bin jetzt ganz gespannt Also wir haben hier ganz süße Mitarbeiterinnen Die werden auch immer mal wieder filmen Das heißt ihr seht das auch Und ich gebe euch danach eine ehrliche Meinung Ob es den weh getan hat oder nicht Aber ich war so clever Und habe meine Freundin vorher hergeschickt Und die hat schon berichtet Dass es nicht weh tat Genau Die eine der die Stadt gepostet hat War die liebe Freundin Also sie war ganz tiefenentspannt Und die ist normalerweise sehr fiend Ich habe sie gesagt Wenn sie es schafft, schaffe ich es auch Also gut Dann starten wir mal Ich zeichne auch direkt mit der Pigmentierfarbe vor Damit ich keine Fremdpigmente in der Haut habe Finde ich auch immer ganz ganz wichtig Weil ich einfach nicht will Dass irgendwas in die Haut kommt Was nicht in die Haut kommen darf Das soll Genau Den Strich den ich jetzt zeichne Den kannst du dir später auch vorstellen Der wird nochmal ein bisschen feiner Weil ich einfach mit der Nadel Einfach viel feiner zeichnen kann Also halt ne Ja Und innen drin den Wimpernkranz Musst du dir vorstellen Der wird natürlich auch ja mit pigmentiert Den kann ich nur immer ganz schlecht anzeichnen Und dann kann ich auch noch erzählen Bis zum nächsten Mal. 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 So, ich bin soweit fertig. Der Franziska und ihre lieben Mitarbeiterinnen waren so lieb und haben mitgefilmt. Das heißt, ihr habt bestimmt ganz tolle Einblicke gehabt. Und es war, ich war nicht das Vorbildmodell, aber das ist das Gute. Dann seht ihr das nämlich auch mal. Bei mir war das nämlich so, dass man schon öfters mal drüber musste. Ja, genau. Es hat so ein bisschen schwerer angenommen, aber das weiß man halt vorher nie. Aber am Ende wird eh immer alles gut. Und selbst dafür muss ich sagen, also für das, was wir ja schon öfters auch drüber mussten, tat es nicht weh. Ja, super. Das ist doch, also, was will man mehr? Genau, es ist jetzt ein bisschen angeschwollt. Die Schwellung geht dann wieder zurück. Aber ich bin mega zufrieden. Das Ergebnis ist mega schön. Genauso wie ich es haben wollte. Und ich freue mich schon auf das Endergebnis dann in eineinhalb Wochen, wenn ich die Wimperntusche noch dazu nehmen kann. Ja. Zwei Wochen, Entschuldigung. Nee, dann wird es umso schöner. Dann wird es immer schöner werden. Genau. Genau. Jetzt werde ich nochmal kurz bei Instagram zeigen, das Endergebnis. Und dann geht es gleich in die Hundeschule. Und dann geht es gleich in die Hundeschule.